So, schönen guten Morgen, ich bin mal dabei jetzt hier die Kato zu digitalisieren. Muss ich sagen, das Gehäuse abzukriegen ist eine absolute Qual. Katastrophe ohne Ende. Also ich habe ja gedacht, ich breche mir die Finger oder mache irgendwas an der Lok kaputt. Also unglaublich. Laut Hobby Train oder der Anleitung, was soll man hier unten? Das sieht man ja hier, solche Metallausbuchtung und da und da. Da soll man das mit dem Schraubendreher auseinander drücken. Da habe ich gedacht, dann geht alles ab. Auch das hellgraue Pustekuren. Letztendlich ist dann nur das rote Gehäuse abgegangen. Ich meine, was ja nicht schlimm ist, aber absoluter Wahnsinn. Ich hatte vorher schon mal die Fahrerkabine abgezogen. Da sind dann lauter Gewichtsplatten abgefallen, die hier an der Seite fest waren. So und letztendlich hält das Gehäuse, so wie das aussieht, hat man hier so eine Einbuchtung. Und da ist hier am Chassis so eine kleine Nase. Und da klemmt sich das Gehäuse fest. Ich habe es letztendlich dann hier rumgewirkt mit dem Schraubendreher hier dran gezogen und da gezogen. Und irgendwann war es dann ab. Also das ist wirklich, es tut mir leid, dass ich sage, absolute Scheiße, wie das Ding da drauf ist. Also Katastrophe. Gut, letztendlich ist das Ding ab. Wir sehen hier den Kato, den HM5 Motor. Qualitativ meiner Meinung nach somit der beste Motor, den es gibt. Und hier vorne ist natürlich super viel Platz für einen Decoder. Jetzt muss ich natürlich erst mal gucken, wie ist der Motor fest, weil ich muss ja an die Motorkontakte irgendwie drankommen. Hier ist der eine, der andere ist logischerweise da unten. Nur wie ich da drankomme, der Motor ist fest da drin. Das muss ich mir jetzt alles genau anschauen, wie ich da, wie gesagt, an den Decoder dran, äh, Entschuldigung, wie ich an den Motor drankomme, um da halt die Kontakte dran zu machen, sprich, wo sind auch die Stromabnahmen von den Rädern, da muss ich erst mal ein bisschen zerlegen. Und dann gucken wir mal. So, gucken wir mal da vorne, da ist Gewichtsplättchen. Gucken wir mal, was sich da verbirgt, da sind auch noch mal Gewichte, also Gewichte sind überall drin in dem Viech. Okay. So, den Motor habe ich jetzt letztendlich rausbekommen, äh, und der hier drin sitzt, der Motor, dann wird er hier mit, sag ich, Metallstiften fixiert, die sind hier in diesen Buchsen drin, einmal da, und einmal da unten, da, wenn man die rauszieht, kann man dann den Motor nach oben rausnehmen. Man sieht jetzt da innen drin die Platine. Ja, und jetzt muss ich gucken, wie ich da halt eine Verkabelung hinkriege, dass ich den Motor im Prinzip, äh, Massefrei habe, und, äh, den Motor halt anschließen kann, muss ich mir jetzt mal angucken, in aller Ruhe, wie das so vonstatten geht. Gut, gucken wir mal, dann schauen wir uns das an. Schauen wir uns das gleich nochmal an. Das Gerät ist jetzt komplett zerlegt. Heißt, dann haben wir jetzt hier das Fahrgestell, komplett lose. Da ist, die Platine unten drin. Die wird einmal gehalten, durch ganz kleine Mini-Schräubchen. jeweils hier an den Seiten, zwei, da zwei, und dann eine längere Schraube. Die läuft von hier unten in der Mitte durch. Also wer hier dran mal arbeitet, und da oben nicht dran will, diese Schraube in der Mitte auf gar keinen Fall lösen. Weil die ist gegengesichert mit einer Mutter. Hier auf der Platine, und wenn man an dieser Schraube dreht, kann es sein, dass die Mutter lose geht, und dann saust die Mutter hier drinnen rum, weil die ist auf der Platine nicht festgeklebt. Also, wie gesagt, diese mittlere Schraube nie lösen. Dann muss man weiterhin, um die Platine ausbauen zu können, setzt hier nochmal ein Zahnrad in der Mitte. Das wird auch gehalten, durch eine Achse, die wird hier reingesteckt an der Seite. Das muss man natürlich auch rausnehmen, dann kann man dann die Platine entfernen. Ja, und jetzt will ich mir angucken, wie ich das hier mit der Verkabelung mache. Hoppala, scheiße. So, wir haben halt hier die Motoranschlüsse, einmal da und einmal da. Hier Motoranschluss, da ist ein Motoranschluss. Dann haben wir hier unten die ganzen Stromabnahmen von den Rädern. Hier oben entsprechend die Leiterbahnen dazu. Und dann haben wir hier Glühbirnchen eingebaut. Und da bin ich jetzt am überlegen, ob ich diese Glühbirnen durch LEDs tausche. Da muss ich mal sehen, wie ich das hinkriege, wie ich das alles anschließen kann. Da mache ich mir ein paar Gedanken zu. Wenn ich da ein bisschen schlauer bin, gucken wir uns das wieder an. Ich habe jetzt auf die Platine die Kabel aufgeklebt mit Sekundenkleber, die ich hier hinten in diesem Bereich brauche. Das heißt, hier vorne hat diese Ecke, da kommt der Decoder rein. Das ist hier die Schnittstelle, 6-polig nehme ich diesmal. Und die Kabel, das heißt jetzt weiß für Licht, orange und grau für den Motoranschluss und natürlich hier einmal Plus für Licht. Die habe ich jetzt hier, wie gesagt, mit Heißkleber festgeklebt in diesem Bereich, weil hier in dieser Kerbe läuft das Getriebezahnrad. Und die Kabel dürfen natürlich hier nicht in diesem Bereich reinrutschen, weil die sich sonst in dem Zahnrad verändern. Deshalb habe ich das jetzt mit Sekundenkleber hier fixiert und werde jetzt die einzelnen Leitungen dementsprechend anlöten. Da ist die Glühlämpchen, schmeiße ich raus, habe ich mich entschieden. Da kommen auch LEDs rein. Ja, die Platine habe ich jetzt fertig verlötet. Ich zeige euch ganz kurz. Ich habe jetzt hier, wie man sieht, die Motoranschlüsse angelötet. Einmal grau, daneben ist einmal orange. Das graue Kabel führt dann hier zu diesem Plättchen, wo der Motor ja dann aufsitzt mit seinem Pol. Und das orange führt hier hinten zu diesem Schuh. Da wird der Motor ja mit, man sieht mal, das hier mit diesem Plättchen, was hier runterhängt, das wird da oben reingesteckt. Dann habe ich weiterhin die LED eingebaut auf dieser Seite. Das ist jetzt eine 3 mm Warmweiß. Die habe ich hier mit Heißkleber an der Stelle fixiert. Sieht man entsprechend, das weiße und das blaue Kabel läuft hier lang. Wie gesagt, die hatte ich ja hier mit Sekundenkleber. Hatte ich die hier in dieser Position fixiert, damit das nicht in das Getriebe reinrutscht. Gucken wir uns die andere Seite an. Da ist natürlich auch eine Warmweiße LED. Auch mit Heißkleber verklebt. Läuft dann auch einmal mit blau hier hin. Hier sind jeweils 2 Kilo Ohm Widerstände. Einmal für vorne, einmal für hinten. Das Ganze ist dann angelötet. Dann das blaue Decoder-Kabel. Und wie gesagt, das gelbe Kabel vor der Lampe einmal hier in die Schnittstelle. Schienenstrom nehme ich mal ab. Einmal hier rechts. Und dann hier unten drunter sieht man es nicht. Aber hier ist auch so ein Lötpad. Da nehme ich dann links ab, sprich das schwarze Kabel. Das ist im Prinzip die ganze Verkabelei, Löterei. Wichtig ist im Prinzip dieser Bereich, dass man hier die Kabel festklebt, dass das nicht in das Getriebe reinrutscht. Jetzt werde ich das Ganze wieder zusammenbasteln und dann hoffen, dass das Ganze auch funktioniert. Bis gleich. So, das heißt, das ganze Gelumpe muss jetzt wieder eingebaut werden. Ich hoffe, ich vergesse da jetzt nichts. Und mache das in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, schauen wir erst mal. Die Platine muss also so rum da reingelegt werden. Ich hoffe, das passt jetzt mit den LEDs auch da rein. Jetzt kriege ich eine Mücke, wenn das nicht passt. Scheiße. Da klemmt da schon irgendwas. Ah nee, da. Das Kabel ein bisschen noch rüber schieben. Okay. So, da muss man jetzt vorsichtig sein. Beim Reindrücken, damit, wenn man das hier sehen kann, diese kleinen Bleche hier, die da, die da, diese kleinen Bleche, die haben hier unten so kleine Vertiefungen, da haben die Kontakt dann mit den Rädern. Da muss man gucken, dass man das nicht verbiegt und dass man das vorsichtig da unten reinschiebt. Also nicht mit Gewalt, sondern schön sachter, geschmeidig gucken, dass alles seinen Platz findet, wo das hin muss. Weil wenn da was kaputt geht, das wäre super ärgerlich. Das heißt, ich schlieb das jetzt ganz vorsichtig da rein. Ach, scheiße. Hm. Hm. So, ich habe das Ganze jetzt wieder soweit zusammen. Ich gebe euch nur einen guten Rat, Leute. Wenn ihr daran denkt, diese Lok zu digitalisieren, nehmt um Himmels Willen diese Platine nicht raus. Das ist die absolute Mega-Katastrophe, die wieder da rein zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin gezeigt hatte. Das sind ja auf jeder Seite vier so kleine Metallpins und Kupferbleche, die hier unten in so einen kleinen Mini-Schlitz reingesteckt werden müssen als Stromabnahmen zu den einzelnen Rädern. Leute, tut es euch nicht an. Nehmt diese Platine nicht raus. Ich wäre fast wahnsinnig geworden, dieses Ding da wieder rein zu kriegen. Das ist eine absolute Mega-Katastrophe. Man sieht es nicht, ob die Bleche in diese Buchsen reinrutschen oder nicht. Die verbiegen sich. Dann sind mir zwei abgebrochen. Also ich wäre fast irre geworden. Also tut mir, entschuldigt den Ausdruck, aber so eine Mega-Affenscheiße habe ich noch nicht gesehen, wie man so etwas konstruieren kann. Absolute Katastrophe. Also wie gesagt, diese Platine nehmt sie nicht raus. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Ich habe das jetzt gemacht, dummerweise, um da LEDs einzubauen. Verzichtet da drauf, Leute. Lasst die Platine drinnen, macht die nicht raus. Außer irgendeiner weißen Trick, wie man die wieder vernünftig da reinkriegt. Also ich bin fast verzweifelt. Das ist der letzte Dreck. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Das wieder da reinzukriegen. Absolute Mega-Katastrophe. Ich habe es jetzt letztendlich, ich hatte sogar das Fahrwerk unten rausgebaut, die Achsen, um zu sehen, ob ich da an die Stromabnahmen irgendwie was kabelmäßig anlöten kann. Könnte alles vergessen. Das geht nicht. Es ist eine absolute Mega-Katastrophe. Also wirklich, ich habe schon viele Loks umgebaut, aber so einen Mist habe ich noch nicht gesehen. in dem man so einen Schwachsinn konstruieren kann. Absolute Katastrophe. Boah, furchtbar. Also das, das Stunden habe ich da dran gebraucht, um diesen Rott wieder zusammenzukriegen. Also absolut übel. Und jetzt sind wahrscheinlich auch noch nicht mal alle Bleche da, wo sie hin müssen, richtig. Ich habe zumindest an jeder Seite mindestens an zwei Rädern eine Stromabnahme. Und das reicht mir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe echt, davon habe ich die Schnauze voll. Also dieses Teil schafft mich ohne Ende. Katastrophe. So, also will ich den Mist gucken, dass ich das wieder zusammengebaut kriege. Also das, ja, ich werde irre. Also das echt habe ich noch nicht erlebt. So einen Schwachsinn. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber das ist Katastrophe ohne Ende. Also die Lok, die schafft mich Leute. Das kann ich ja wirklich sagen. Das ist echt eine Mega-Katastrophe, dieses Teil. Boah, übel hochzähne. So, jetzt können wir gucken, dass wir den Motor wieder reinsetzen. Wenn das alles so ist, wie es sein soll, dann brauchen wir den jetzt nur da reinstecken. Bis da hinten das Blech da reinschieben. Klappt ja super. Sehe schon. Also ich liebe ja sonst Katalogs, Leute. Aber das hier, das ist eine Scheiße. Nein, jetzt was ist, ich darf einfach haben. Meine Fresse, ey. Da haben die sich was überlegt. Das ist ja die letzte Scheiße. Ich sag's euch. Was ein Scheißdreck. Was ist jetzt wieder da drin? Es kommen noch die Achsen da rein. Also ich werde wahnsinnig, ey. Absolute Ultra-Katastrophe, ey. Meine Güte, das hat die Welt noch nicht gesehen. Das ist eine Scheiße. Wie kann man sich sowas ausdenken, ey? Das ist ein blöder Schwachsinn. Wollten wahrscheinlich irgendwelche Ingenieure mal wieder extra schlau sein und sich was ganz Tolles ausdenken. Das ist so ein Mist, ey. So, der Motor ist jetzt auch letztendlich da drin. Jetzt stelle ich das Ding erstmal auf den Prüfstand und gucken, ob das Gerät überhaupt Pferde bevor ich hier überhaupt irgendwas weitermahre. Ich werde ja wahnsinnig leben. So, heute Tag 2 von dem Projekt Kato Hobby 3NV 65 was mich zum Wahnsinn bringt. Ja, gestern habe ich dann die ganze Zeit versucht, das Ding zusammenzubringen, dass das läuft. Ich hatte euch ja gezeigt, dass diese Platine hier unten diese Metallpinnüppels hat, die wiederum bei der Lok da reingesteckt werden müssen in diese Öffnungen. Das auf jeder Seite viermal. Ja, und das ist meiner Meinung nach ein Ding der Unmöglichkeit, die da wieder reinzukriegen. Ich bin also absolut wahnsinnig geworden dabei. Letztendlich ist mir die Hälfte von dem Mist abgebrochen, was dazu geführt hat, dass ich die Schnauze voll hatte, habe die ganze Scheiße abgerissen, diese ganzen Metallbügel, habe die Lok wieder zusammengebaut, ohne Motor und habe gesagt, kein mehr, scheiß drauf, ist halt ein Dummy, fertig, das war's. Ja, dann fiel mir gestern Abend, hat mich das natürlich nicht losgelassen, fiel mir diese Lösung ein, die ich jetzt gerade probiere. Ich habe, es ist ja im Prinzip jetzt darum, wie kriege ich den Strom von diesen Messing oder Messing oder Kupfer Lagern, wie kriege ich den Strom nach oben? Darum geht es im Prinzip eigentlich nur. und da habe ich mir gedacht, okay, wenn da so ein blödes Metallblättchen rein kann, dann kann sie da auch ein Draht reinstecken. So, und das bin ich jetzt gerade am probieren, das heißt, ich habe mir jetzt Litzedraht genommen, den an beiden Seiten schon mal abisoliert, logischerweise, und stecke den mit einer Seite, quetsche ich den da unten rein, so dass eben Kontakt besteht, werde das dann gleich da unten mit Heißkleber fixieren, baue die Platine ein, lege die Kabel rum und löte die an der Platine fest, so dass ich dann im Endeffekt einen Stromkontakt oder einen Stromkontakt ist blödsinn, so dass ich dann im Endeffekt eine Stromverbindung von den Stromabnahmen unten auf die Platine bekomme. Ich hoffe, das wird funktionieren, bin mal gespannt, lasse mich überraschen. Ich will, dass ich jetzt die meisten habe ich schon drinne, eins zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie ich das mache, Moment. So, das heißt, logischerweise, eine Kabel abisolieren ist klar, ne? So, das habe ich jetzt ein bisschen umgebogen, da habe ich so eine kleine Schlaufe, umgebogen und das bret quetsche ich jetzt einfach da in diese Öffnung rein. Das ist natürlich der Vorführeffekt, dass das jetzt nicht funktioniert, ist auch klar, ne? So, das Kabel, was ich gerade reingequetscht habe, das ist jetzt dieser Schlange hier, das steckt jetzt da unten in der Buchse drin. Und das Ganze kann ich jetzt schön überprüfen, beziehungsweise testen, mit einem Stromprüfer, ob das richtig dran liegt. Heißt, Entschuldigung, ein bisschen rausfahren, ein bisschen rausfahren. ich kann jetzt mit dem Stromprüfer da dran gehen an das Rad und an das Kabel. Auf jeden Fall ist da ein Kontakt schon mal da. So, das habe ich auf jeden Fall vom Rad mit Strom hochgezogen bis zu dem Kabel. Da fließt schon mal der Saft. Also, wie gesagt, ich werde die jetzt mit Heißkleber fixieren, die Drähte. Da muss ich die Platine da reinbasteln. Eventuell muss ich bei der Platine, weil da die Leitungen jetzt da hochlaufen, in dem Punkt immer ein bisschen was ausfräsen, damit da die Kabel durch können. Das weiß ich noch nicht so genau, muss ich mir gleich angucken. Werde ich hier auf jeden Fall erstmal festkleben und dann hoffe ich, dass ich das Viech dann endgültig zum Laufen bringe. Gut, das machen wir dann später. Ja, die Kabel sind jetzt fixiert. Wie gesagt, ich habe da überall ein bisschen Heißkleber reingemacht. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Auf jeden Fall hält das ganz gut da drin jetzt. Wie gesagt, jetzt muss ich die Platine einpassen, die Kabel dran löten. Schauen wir mal. So, die erste Probe hat natürlich, wie zu erwarten war, nicht gepasst. Aufgrund dessen habe ich jetzt bei der Platine jeweils da, wo die Kabel laufen, ein bisschen was ausgefräst, so dass die jetzt besser da reinpassen. Hoffe, dass das auch jetzt der Fall ist. Gucken wir uns das nochmal an. So, die Platine habe ich jetzt da reingedrückt. Ich hoffe mal, dass das alles noch funktioniert. Das teste ich gleich mal durch, bevor ich da weiter arbeite. Wenn da jetzt irgendeine Verbindung nicht mehr passt, wäre natürlich super ärgerlich. testen wir noch mal ganz kurz. Da Fortsatz. Da ist auch was da. Ah scheiße. Da ist nix. Reinen Kontakt habe ich verloren. jetzt hat er nochmal nachgedrückt. Jetzt ist der Armkontakt. Machen wir nochmal an die andere Seite. Machen wir nochmal an die andere Seite. Das hat funktioniert. Das sieht ganz gut aus. Jetzt geht es da drum um die Leitungen. Jetzt werde ich die Platine erstmal festschrauben. Damit mir da nix mehr verrutscht oder sich irgendwie verschiebt. Das ist schon mal festgeschraubt. Jetzt kommen diese vier kleinen Minischraubchen rein. Die sollte man mit Bedacht und Gefühl anziehen. Diese kleinen Dinger. Weil das ist ein Ruckzucks gewinnt im Eimer. Dann kommen die Dinger. So, das wäre fertig. Jetzt geht es darum die Leitungen da dran zu löten. Das wird ein richtiger Spaß. Jetzt kommt da erstmal Lhot dran. An die ganzen Einzelleitungen. Schauen wir mal, dass wir die vier hier da drin kriegen. Die Leitungen habe ich jetzt alle angelötet, das ist jetzt hier natürlich ein relatives Kabelchaos, hier unten drin, die gelben, die grauen, hier vorne auf der anderen Seite genauso. Den Nekode habe ich auch schon mal wieder angesteckt, ich habe dann hier zusätzlich in diesem Bereich eine Kunststoffplatte eingeklebt, die verhindern soll, dass die ganzen Kabel vom Decoder, dieses ganze Gewurschtler, hier ins Getriebe rein zu rutschen, dafür eine kleine Plastikplatte. Jetzt werde ich das Ganze erstmal aufs Gleis stellen und gucken, ob sich da auch was tut, Motor ist auch noch nicht drin, aber zumindest sollte das Licht funktionieren, das wollen wir mal ganz kurz testen. Die Lok steht jetzt auf dem Analoggleis, geht mir erstmal darum zu gucken, dass da eine Stromabnahme stattfindet, das heißt, das Licht geht schon mal auf beiden Seiten, sehr erfreulich, das heißt, Kontakt scheint da zu sein, dann baue ich jetzt einen Motor ein und den Rest wieder zusammen, beziehungsweise erstmal den Motor, dann mache ich einen Fahrttest und dann gucken wir mal, wie es weiter aussieht. So, bevor man jetzt den Motor einsetzt, muss ich natürlich erstmal wieder das Zahnrad da rein. So, mal da rein lassen. So, kleine Achse muss wieder rein gesteckt werden für das Zahnrad. So, das ist ja schon mal drin, jetzt kommt der Motor dran. So, jetzt geht diese Gefrickelei wieder los, hier hinten dieses Blech da reinzukriegen. Katastrophe sehe ich jetzt schon. Also, dass es auch wieder so eine Schwachsinnige Idee ist, also ich weiß auch, was das so leh. Es ist so ein Rotz aus, denkt, das ist echt eine Katastrophe hier. Kann man dieses verkackte Blättchen nicht mal zwei, drei Millimeter länger machen können? Nein. Zumindest ist ein Schuh da ein bisschen länger. Diese Achsen kommen jetzt wieder da rein, diese Stifte, die den Motor halten. noch nicht rein. Ja, da habe ich fast befürchtet, dass das nicht mehr richtig reinpasst, weil da so viel Kabelgemeere ist. Da muss ich mal ein bisschen quetschen. Hoffen, dass das dann funktioniert hier. So, nach gut einer halben Stunde Frickelage den Motor wieder da reinzukriegen, weil durch die eingelöteten zusätzlichen Kabel natürlich da unten, ja, ist der Motor nicht mehr richtig runtergegangen. Sprich, dann konnte man die Bolzen nicht einsetzen. Da musste ich also die Kabel teilweise noch mal ein bisschen neu verlegen, die Lötpunkte ganz flach machen, dass das ja nicht zu dick aufträgt. Wie gesagt, das war nochmal eine Katastrophe ohne Ende, aber letztendlich ist jetzt der Motor da drin. Der Decoder liegt hier vorne. Wie gesagt, geschützt ist das Kabelgemeere hier durch so ein kleines Plastikplättchen, was ich damit eingeklebt habe. Jetzt mache ich das Gehäuse drauf und dann machen wir einen Fahrtest und ich hoffe, das funktioniert dann alles. Bis gleich. So, letztendlich haben wir es dann doch geschafft. Die Lok steht auf dem Prüfstand. Ja, machen wir ganz kurz einen Fahrtest. Das heißt, die bewegt sich und sie fährt. Also daran habe ich gestern ehrlich gesagt nicht mehr geglaubt, dass ich die nochmal zum Kran gehe. Licht vorne funktioniert auch. Gucken wir nochmal Licht hinten, sprich Fahrtrichtungswechsel. das funktioniert auch. Das heißt, die Lok fährt. Das Projekt ist zum Glück gut ausgegangen. Das heißt, die Lok fristet kein Dasein als Dummy, sondern sie kann fahren. Das ist schon mal super klasse. Mein Fazit zu der ganzen Geschichte. Das war der schlimmste Umbau, den ich je gemacht habe. Absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, weil sich die Ingenieure von Kato, Lemke, Hobbytrain oder wer immer da alles drin steckt, dabei gedacht haben, solche Sachen in diese Lok einzubauen. Erstmal die Sache mit der Platine unten, mit diesen Blechen, die die Kontakte bilden zu den Stromabnehmern, sprich zu den Achsen. Absolute Katastrophe, sowas zu machen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Das nächste ist der Einbau des Motors. Das ist ein bisschen ähnlich wie das da unten. Da muss man auch hinten so ein blödes Plättchen in so einen Schuh einführen. Also absolut unglaublich, was sie sich da geleistet haben. Also meiner Meinung nach absoluter Schwachsinn. Tut mir leid, dass ich das sage. Mega Katastrophe. Ja, die Lok finde ich ein wunderschönes Teil. Die wollte ich schon immer mal haben. Deshalb habe ich mir die gekauft. Würde ich sie nochmal kaufen. Ich sage mal als reine DC Version, dass man es umbauen müsste. Definitiv nein. Absolute mega Katastrophe. Wenn es die mit Schlitzstelle geben würde, würde ich sagen, ja. Dann kann man sich die nochmal kaufen. Aber so wie gesagt, ne. Finger weglassen. Ihr macht euch nur Ärger und Stress. Absoluter Irrsinn, dieses Modell zu digitalisieren. Bedingt wie gesagt durch diese scheiß Platine, die da unten drin ist. Wenn man das zumindest auf LED umbaut. So wie ich das gemacht habe. Wenn man sagt, man lässt die Glühbirne da drin. Und nimmt die Platine nicht raus. Dann ist das kein großer Aufwand das Ding zu digitalisieren. Aber wie gesagt, wenn man da eine LED rein machen will. Vorne und hinten. Dann muss man die Platine da dran. Und dann hat man eigentlich schon verloren. Deshalb als Tipp. Nehmt bitte niemals diese Platine raus. Lasst einfach die Finger davon. Das ist eine Katastrophe. Uwe. Ja gut. Das war dann das Projekt. V65. Kato Lemke oder Hobby Train oder wie auch immer. Danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch was. Und wir sehen uns demnächst in diesem Theater. Ha. Ja. Demnächst heißt. Neue Lok ist schon da. Neues Projekt steht an. Fleischmann Baureuf 24. Die kommt als nächstes dran. Habe ich gestern per Post bekommen. Schauen wir mal wie die umzubauen ist. Aber da ich Fleischmann Loks schon öfters umgebaut habe. Ist das im Vergleich zu der da eigentlich ein Scherz. Ein Spaziergang. Gut. Das war's dann letztendlich. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten. Und tschüss.